My friend Bigfoot, Barbara Finch Ach so gab es keine Puppe von ihr, Wahnsinn Bigfoot Und dann hat sie wohl hier irgendwelche Filmpreise gewonnen Und Fanpost Und die Maske von Bigfoot Und als Teller gab sie auch Okay Jetzt sind wir da drin, in dem versiegelten Zimmer Musik hat sie wohl gemacht Eine Filmrolle hat sie da Bigfoot Wenn ich das jemand heute noch anschauen will Die Projektoren kriegst du wahrscheinlich nicht mehr her Und ist das Hollywood Barbara Da wurde wohl ein paar mal über sie berichtet Schreibmaschine Happy Birthday Sieht aus wie eine Pizza Ist wohl ein Kuchen Weil das W-Scheibentelefon Das gibt's doch auch nur in Europa, oder? Wie schreibt der davon Tja, verwöhnt ist verwöhnt, ne? Runterkommen ist nie schön Bob Street Na, soll man Straßenschilder klaren? Dann wird's natürlich Nein Dreadful Stories Barbara Sie ist ja auch nicht alt geworden 16, ne? Guest Starring Barbara Finch Ich bin froh, dass Edie hier hat Ich bin froh, dass Edie schweig hat Not Das ist Jack hier Mit einer ghastliche Geschichte Spreng von Phring zu die unfeаковwiste Ich heiße es eine Überraschung von Barbara Finch Das kannst du aber nicht mehr so schreiben wenn du 16 bist. Aber die Schreie hat nicht gut. Die Schreie hat besser. Ich denke, du musst nur die richtige Motivation. Die größte Fan, der Karate-Boyfriend, Rick, war zu demonstrieren, wenn... ... ... ... ... ... Ja, das war ein tolles Grimm. Es war Barbara's Vater, Sven. Er hat sich in eine Tablesau und hat sich in der Emergency Room zu beherrscht. Also, Barbara wurde ständig babysatting ihr jünger Freund, Walter. Her Konvention comeback wurde gewechselt. Okay, ich höre Frustration, aber ich höre nicht Terror. A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Da hab ich da auch schon dran rumgedreht. Noch mal versuchen. Deswegen muss ich mir wahrscheinlich die... Jetzt geh ich in dem Comic rum. Das ist doch auch cool gemacht, oder? Die Idee muss man erstmal kommen. In dem Comicstrip hier. Aber ich sehe ja, was passiert. Ich fall um. Das ist doch auch schön. Ich weiß nicht. Sie kamen mit Scratch und ist er das zu beden. Ich habe mich nicht mehrscht. Ich war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Oh, dear. Butch. Barbara, haben Sie gesehen, meine andere Brücke? Und sie hat es noch immer gehalten, als sie schlafen, zu sehen, die Late Late-Picture-Show. Hundert später... Barbara! Walter, was passiert da? Ah! Okay, ich komme. Aber wenn das ein Trick ist, du bist, Walter. Das hängt aufgehängt, äh, das hier. Hey, Kollege! Sehr gut. Walter, sind Sie da? Walter hat es geschlossen, aber seine Radio-Bedside ist noch nicht auf. Orkans Island Police beschreiben den Mann als 6-feet-tall, mit einem Stil-Hook für eine Hand. Residents sind gebeten, die alle Dörren und Wunderschöne und die Polizei verabschiedet werden, und die Polizei von irgendwelchen Verständlichen Aktivitäten. Hard return! sah den Hookman und war speechless. Er war ziemlich schmerzend. Er war nicht genug von Barbara. Okay, Barbara. Da muss man einen Weg aus. Das Nacht, sie spielt ihre Part beautifully. Molly, du hast du in Jahren die Hinge grown. Er war nicht weitergegangen, aber sie fühlte sich, dass die Geschichte noch nicht vorbei sein könnte. Er war nicht weitergegangen. Er war nicht weitergegangen, aber es war nicht weitergegangen. Ein Pokémon hat sich mit dem. Ein Pokémon hat sich mit dem. Er hat sich mit dem. Er hat sich mit dem. Aber alles, was er hörte, war... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Shh. Oh, dear. Surprise! Hello, Barbara. You're wonderful. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. Yes, and with her final grin, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. They took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Ooh! Now that's what I call a real eerie tale. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! E.D. told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what E.D. saw was a happy ending.